Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Ja wir sind hier stehen geblieben und zwar im Hause von McChronicle. Hier ist unser McChronicle mit dem wir immer rumgereist sind durch die Zeit und das hier ist der Dekan und auch sein Vater. Komischerweise. Sieht ein bisschen jung aus für seinen Vater aber na gut was wir machen. Gut ja die Taube ist hier durch geflogen und die Scheibe ist natürlich kaputt gegangen und wir konnten ein paar Buntglasscherben aufsammeln. Dann haben wir noch Unkraut und eine Tafel einmal. Ok. Na gut ich würde sagen. Gucken wir uns das erstmal an. Ey eine Pfeife. Geil. Man kann einen Rufus eben nicht in das Licht führen. Sehe ich auch so. Aber so gut haben wir eine Pfeife bekommen. Kann man Unkraut rein machen. Tatsache. Geil. Haben wir gleich mal Kraut zum Rauchen. Schauen wir mal Kraut zum Rauchen. Bitte Herr Kollege stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen ist es viel lustiger. Weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Na, dann reden wir mit dem Dekane eben. Sie glauben also nicht an Zeit-Anomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Tja. Ich glaube, der ist ein bisschen in die Zeit zurückgegangen, sozusagen. Könnte es nicht vielleicht sein, dass Ihr Sohn doch recht hat? Na, jetzt fangen Sie nicht auch noch damit an. So etwas wie Zeitanomalien gibt es nicht. Basta. Sicher? Woher wollen Sie das denn wissen? Weil ich, im Gegensatz zu Junior, ein echter Wissenschaftler bin. Und ein recht jung aussehender dazu. Was wollen Sie damit andeuten? Nichts, nichts. So. Können wir die Schlüssel mitnehmen? Finger weg. Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Na dann. Können wir noch irgendwas? Aschenbecher nicht. Gut. Hier können wir erstmal anscheinend nichts weiter vollbringen. Gehen wir erstmal raus. So. Die Ziege knabbert noch fleißig da an einem Fahnenmast herum. Wir könnten ja mal gucken. Da müssen wir mal rein. Hm. Wir gehen mal hier rein nochmal. Gole sieht auf jeden Fall sehr begeistert aus. Zum Toren. Geht's hier noch umholen? Den Schirm kann ich ja nicht mehr rausnehmen. Dann kann ich das Schnabbertür nochmal mitnehmen. Beziehungsweise brauche ich das überhaupt noch? Tatsache. Okay. Das muss da bleiben. Ähm. Ja. Was machen wir denn jetzt? Äh. Die Zeit steht auf jeden Fall still. Wenn ich dann quatsch mal mit dem hier nochmal. Na dann zeig mal was du kannst. Mit dieser lächerlichen Brille kann ich nicht einmal richtig sehen. Deine Augen können dich täuschen. Vertraue ihnen nicht. Als ich noch sehen konnte, schien es ja auch eine gute Idee, Mrs. Sensei zu heiraten. War die auch blind? Also jetzt reicht's. Zeig diesem Großmaul, was du gelernt hast. Hab ich was getroffen? Ja. Den Kern der ersten Lektion. Du wirst kein Ziel treffen, solange Treffen nicht dein Ziel ist. Tja. Na dann triff mal. Hey. Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein. Aber es schadet auch nicht. Oder? Äh. Euch beiden wahrscheinlich schon. Vom Hirn her. Äh. Gut. Dann gehen wir nochmal hier hin. Kommen wir runter. Gibt es irgendwie... Gibt es irgendwie... Ne. Hier kommen wir nicht hin. Okay. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas machen. Gestopfte Pfeife. Dem Dekan vielleicht geben. Tatsache. Ah. Meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Du alte Pfeife. Wow. Mhm. Ganz schön kräftig der Tabak. Der... Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. Aha. Deine Zimmer. Mal. So. Lolo. 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 Kuckuck. Hahaha. Hahaha. Ist uns nicht gut bekommen. Hahaha. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen. Mit der Zeit. Und mit Frauen natürlich. Hahaha. Hahaha. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Hahaha. Hahaha. Ich will's nicht hören. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Ich will's nicht. Hahaha. 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 Ich glaube der raucht zu viel. Hahaha. Alles klar. Und kann ich mir den jetzt nehmen? Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht. Darf ich denn auch? Hahaha. Äh. Klar. Wir haben den Schlüssel. So einfach geht's. Dann wollen wir mal raus. Dann gehen wir mal hier rein. Wir benutzen den Schlüssel dazu. Und dann gucken wir mal, was da drin zu finden ist. So. Das sieht ja schon ein wenig komplizierter aus. Ein kleines Labor halt. Ich schätze hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Hm. Von wem bloß? Ich glaube von Mechonicle. Okay. Na gut. Ähm. Da haben wir die Ziege. Wir gehen mal nach vorne und machen mal den Hebel hier runter. Ich will mal was probieren. Dann gehen wir hier hin und sprechen den nochmal an. Und Schlag. Na. Hab ich was getroffen? Die Luft. Nicht so lange du spielst, um zu gewinnen. Spiele, um gewinnen, schätzen zu lernen. Hm. Okay. Ah, ihr seid noch da. Natürlich Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Hackt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargeräusche. Danke Hildebrae. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow. Lass mich. Vereindruckend, nicht wahr? Was ist das? Ich, ich, ich? Nerdbird? Ein impulsgespeister Tachion-Feldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Erdicke vielleicht? Ähm, Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine. Genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein, 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 nein. Nein! Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel. Wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfahrt. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los! Diskutiert miteinander. Hm. Jetzt da vorne müsste der Tachion-Tank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachion imitiert. Dem Geruch nach zu urteilen war da mal Fetakäse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portal-Potential erkennen. 4D-Brille, Beta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Doch. Warum denn nicht? My Chronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit erfluhrieren. Ah, pappalapapp. Provieren geht über Studier. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Na klar. Na gut, dann müssen wir uns wohl Fetakäse besorgen. Ja, hier haben wir ja eine Ziege, die können wir ja später melken vielleicht. Jetzt brauchen wir aber irgendwie erstmal was. Hm. Wie sieht's bei My Chronicle aus? Psst! My Chronicle! Dein Vater ist abgelenkt! Wir können los! Geh ohne mich! Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Hm. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch. Es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Nee, eigentlich nicht. Also wenn man sich darum kümmert, dann eventuell nicht mehr. Ja. Sie hauen ja ganz schön rein. Der Tabak hat angefangen. Und dabei wollte ich doch nie wieder rauchen. Hm. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Tja, ich habe keine. Äh. Gibt es denn hier überhaupt überhaupt Nikotin-Kaugummis? Nee. Hier kann man auch nirgendwo was untersuchen. Wollen wir nochmal gucken. Nö, mehr ist hier nicht. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Irgendwas habe ich doch bestimmt übersehen hier. Hm. Vielleicht weiß Goal noch was? Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht erkennen. War das ein Ja oder ein Nein? Hm. Hm. Okay. Gucken wir mal. Hier vielleicht. Irgendwo muss da was sein. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Hm. Da oben ist ein Bett. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht erst hin. Einen Bronzerhahn. Ah. Das können wir doch bestimmt im Eimer sammeln, oder? Jawohl. sehr schön ich weiß nicht die ziege hüpft da doch auf dem dach rum vielleicht können wir da irgendwas machen über den krempel in der hand und denselben krempel auf dem dach meinst du ich finde das ist gerade so eine schöne idee hier ok regenrinner das geht schon mal vielleicht können wir jetzt die ziege zum ausrutschen bringen ok dann müssen wir den hebel jetzt noch mal betätigen jetzt muss er doch zu hauen oder jetzt muss er treffen hier aber voll erwischt was ist das meine schleimhäute schwellen an anaphylaktischer schock das ist meine ziegen allergie meine augen brennen alles klar jetzt haben wir die nasenbrille aber wenigstens so können wir das hier verändern irgendwie diese glas schaden wären genau das richtige für meine 4d brille ja sehe ich auch so schade nur dass sie von alleine nicht haften bleiben also brauchst du ein kleber oder sowas wo kriegen wir kleber hatte man kaugummi eigentlich ich hab genug ich will nicht mehr auch das ist eine wichtige lektion wer aufgibt hat schon verloren halt die klappe hm